Hallo, ich heiße Anna und ich bin 21 Jahre alt. Ich war damals eigentlich ganz glücklich in der Schule. Ich hatte Hobbys, ich hatte Freunde, bis ich gemobbt wurde. Ich bekam Depression, Angst, Schlafstörungen und hatte keinen richtigen Appetit mehr. Wahrscheinlich fragt ihr euch, wie ich da wieder rausgekommen bin. Ich habe mich an meine Eltern und an meine Lehrer gewendet und sie haben mich unterstützt. Mobbing kann aber auch noch schlimmer werden. Eine elf Jahre alte Schülerin wurde so hart gemobbt, dass sie Selbstmord begann. Ein Elternvertreter hat die rund 150 Schüler gefragt, ob sie schon mal so hart gemobbt wurden, dass sie an Selbstmord dachten. 25 von ihnen hatten die Hand gehoben. Stopp Mobbing, ihr wollt doch auch nicht gemobbt werden.